Hallo ist Naruto 1986 herzlich willkommen dabei ist es ein Screed Black Flag bei Part 31 so let's go jetzt schnell hier hinten dran verstecken, warten bis der vorbei kommt warten bis der herkommt, danach schnapp ich mir den so ja geh doch runter du Penner jetzt du schläfst erstmal und bam so schon mal zwei Stück wow schnell rein hier so so okay perfekt gut durchgeschlichen ich habe nicht wissen können dass da oben Assisien sind habe ich nicht gesehen so komm her Freundchen komm her Freundchen jetzt packt er fest hier da drüben so 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 perfekt freundchen jetzt habe ich dich so ich habe ihr mit wer geht jetzt hier so okay hier ist keine Kiste, deswegen zack als Gubbettel die Weizung an der Schmau und Jochen weiter die solchen hier oben jetzt umgehen bitteschön reichert bis der jetzt hier weg ist und danach dann habe ich hier aufgemacht weil hier ich mit der Traster oben gezählt und ganz zu oben habe ich sie nämlich auch alle perfekt aber ich warte bis der sich wieder umdreht danach packe ich mir den einen da hinten dran ich packe mir den der sich umdreht so wie jetzt so dann schnippe ich mir gleich den dort hinten so komm her mein freund komm ruhig her komm her digger hab dich so oh meine freundschaft in hier ich warte bis die sich hier umdreht dass ich da hochrennen kann gleich gut gut in die kuno und winnie zu und koni herrn mal schattet auch kassel ja noch die lediert hat schon ganz gut geklappt nein nein ich warte bis die denn ich gehe ein bisschen weiter rein und warten mal bis diese weg ist dann noch schn... oh nein, jetzt kommt die andere jetzt kommt die andere auch noch, scheiße dann warte, bis sie weg ist und dann schnapp ich mir die Olle durchs Gepfeife schnapp ich mir, die kommen schon, hau ab doch, dich um, Junge Alter, ich hasse, wenn der nicht richtig dran ist, dass er sich ja nicht zu greifen dass er sich nicht greifen kann, das ist scheiße, finde ich und den hab ich auch perfekt ne, warte diese Chance nehme ich mir, nutze ich mir hier jetzt komm ins Gebüsch rein kleine Lady so das heißt, ich hole mir die zwei Dinger, was hier sind, auch noch als einer, den man es hat, davon hier ist noch wie ich so noch nehmen kann ja, voll warte, 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 ich muss gucken ich muss jetzt gucken, wo die mit dem Adler sind, sieht man es ein bisschen besser wie viel, erkenne ich dann wissens, wie viel dort sind da kann ich umkommen jawoll das war grad so super eben komm schon, dreh dich um, geh weg komm, dreh dich um, Digga, dreh dich um das ist super hast du gut gemacht, Digga, dreh dich um, das war super das darf passieren, aber das darf nicht die Dienst jawoll das heißt, es müsste wahrscheinlich schon da oben sein warten, was ist hier hier ist nix ich muss warten, bis ich ich muss warten, bis wieder weg geht, dann kann ich losgehen oh, scheiße oh, scheiße hey so ein Zigeuner, wirklich, ey was für ein, ey, das ist so ein Zigeuner, wirklich, ey das ist so ein Zigeuner, ey sorry, dass ich sagen muss, das ist so ein Zigeuner hey, da fällt mir echt nichts mehr ein zu sowas so ein Zigeuner fällt mir echt nichts mehr ein gerade er ist ja auch so, dass es ein Zigeuner ist, spring dir da hinten runter, dieser Idiot boah sowas dummes habe ich echt noch nie erlebt, ey, wirklich sowas behindertes sorry, Leute ja, das war meine eigene Blödheit gerade das war jetzt immer meine eigene Blödheit, weil ich nicht gewartet hatte ich warte, bis sie richtig weg ist ich warte, bis sie richtig unten ist und nicht so weit, dass sie so nah dran ist, das machen wir nicht gerade jetzt ja, geh doch da hoch, du Vollhorst ey, verarsch du mich, geh doch da hoch, du blöder Fichser ey ja weil der, ey komm ey du hast gesehen, der ist die ganze Zeit an dem scheiß Stein rumgebackt, ey und ist nicht mal hochgegangen, Alter was soll der Fuck ey, der regt mich der, ey, der regt mich langsam auf dieser kleine Fichser ey, entschuldigung, dass ich gerade mit diesen Ausdrücken gekommen bin aber es ist einfach so weil sowas kotzt mich an, Alter, wenn der so blöd im Kopf ist und nicht das macht, was er soll und dann da hinten an dem scheiß drecks Stein immer anpackt ey, das ist so zum Kotzen ja, jetzt pack doch nicht rum, du Penner ey du bist doch eine, ey ohne Witz sorry Leute wirklich, das kann ich anders nicht sagen, ey sorry, das tut mir wirklich leid das ist so eine Missgeburt, wirklich du bist so ein Arschloch ey, so ein dummes Kind, ey das ist leicht, natürlich kriege ich das hin, aber der sich so dumm anstellt wie ein Penner und hier überall klar lass dich doch man ey Leute, ey, langsam hört's auf echt man jetzt komm her und nervenbeschnitt, Alter jetzt reicht das nämlich langsam klar klar, jetzt auf einmal ist die Leute das jetzt auf einmal ist die Leute das, oder was? ey Leute, wirklich, das ist doch, ey ey echt, das ist scheiße so was ey ey oh ey 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 . 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